So, moin moin ihr Lieben, ja, erstes Spiel mit neuem Trainer gegen den Klub aus Nürnberg. Ja, ich bin gespannt, ich hoffe natürlich auf den Sieg. Wir sehen uns gleich im Stadion und ja, dann kriegt ihr wie immer ein paar Szenen geliefert. Let's go! So, moin ihr Lieben, wir sehen uns im Stadion, wir geben uns einen Tipp ab. Ich sag 2-1-Ranzer, was sagst du möchtest? Ich auch! 2-1-Ranzer, let's go! 2-1-Ranzer, let's go! 2-1-Ranzer, let's go! 3-2-Ranzer, let's go! 3-2-Ranzer, let's go! 4-1-Ranzer, let's go! 4-2-Ranzer, let's go! 4-2-Ranzer, let's go! Untertitelung. BR 2018 Moin ihr Lieben, ihr seht jetzt, ich bin jetzt hier ans Spielfeld. Ich bin heute mal unten auf dem Platz. Mal sehen, was mich jetzt so erwartet. Let's go! Ich bin heute mal unten auf dem Platz. Vielen Dank.